Hi. Hi. Moin. Nicht da zu sein. Das ist gut. So, wir haben gerade schon gut gelacht. Hoffentlich wird es jetzt auch witzig. Naja, jedenfalls. Lukas, für diejenigen, die dich nicht kennen, erzähl mal, wer bist du, was machst du? Ja, ich bin Lukas. Ich lebe in Südbaden. Das wird heute auch echt ein Problem, weil ich kann nicht Hochdeutsch reden. Und wer mich nicht versteht, das tut mir leid. Genau, ich habe Religionspädagogik studiert an der Evangelischen Hochschule in Freiburg und habe mich dann entschieden, doch nichts in der Richtung zu machen, sondern leite jetzt einen Waldkindergarten mit zwei Gruppen, 40 Kinder. Also wir sind noch im Aufbau und da findet man mich jeden Tag im Wald oder im Büro und das macht mir eine Menge Spaß mit den Kindern. Ja, genau. Wir kennen uns aus dem Internet auch schon ein paar Jahre. Es gibt die witzige Story, die muss ich erzählen, beim Vorgänger-Podcast, also Vor-Vorgänger-Podcast, da hast du die letzte Folge mitgestaltet. Aber es war nicht beabsichtigt, dass es die letzte Folge ist. Und deswegen kam vom Band der Spruch, wie war es nochmal, was hat er gesagt? Irgendwie sowas. Weißt du nicht mehr? Ja, ich glaube, er hat sowas gesagt wie, Mensch, du hast Remix beerdigt oder irgendwie sowas. Ja, 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 das hört sich nach Ben an, ja, ja. Genau. Ich habe gedacht, er hat das heute geschrieben. Es würde er wahrscheinlich auch mir noch später schreiben oder so. Oder dir schreiben. Pass auf, Jasan, du hast Lukas da. Dein Podcast ist damit Geschichte. Du beendest gerne die Podcast-Karriere von Menschen. Nein. Ich hoffe, dass ich nicht so langweilig bin, aber ja, schauen wir mal an. Ach, das wird auf jeden Fall. Genau, deswegen, wir haben schon zusammen Podcast gemacht und kennen uns auch über Burning Church und dergleichen. Genau. Heute aber ein neues Format. Heute geht es nämlich darum, dass wir über deine Bachelor-Arbeit sprechen. Da kommen wir gleich zu. Bevor wir das machen, starten wir aber noch mit einer ersten Kategorie. Vermutlich. So, ich habe im Internet, im Netzwerk Instagram ein bisschen nachgefragt, was die Leute so über dich vermuten. Und es kamen ein paar witzige Sachen. Die erste Vermutung, also erstmal, ich hau dir raus und du kannst dann ja, nein sagen oder was du dazu sagen willst. Genau. Erste Vermutung. Die erste Vermutung ist, ich vermute, dass Lukas auf Festivals seinen eigenen Kaffee macht. Kam von Altruwald. Shoutout. Ja. Es sei denn, es sind gute Freunde dabei, die auch guten Kaffee machen können, aber das Leben ist zu kurz für schlechten Kaffee, deswegen mache ich auch Festivals oder wenn ich campen gehe, am liebsten einen eigenen Kaffee. Haken dran. Eine zweite Vermutung von Kopfvollbund, die hat geschrieben, er hadert mit Freikirchenkritik. Ja, verstehe ich nicht jetzt so ganz, die Frage. Wer mich kennt, weiß, ich komme aus einer Freikirche. Ich bin nicht mehr in der Freikirche, deswegen gibt es Tage, da kann ich ganz gut ranten drüber. Es gibt aber auch Tage, da ist mir das inzwischen aber echt egal. Das heißt, ja, also ich meine, wir haben heute ja auch zu zweit gut abgerandet über deine Story mit diesen Enthaltsamkeitstrainings. Und manchmal macht das Spaß, aber ja, man wird ja später bei meiner Bachelorarbeit, die ist ja auch sehr motiviert aus meiner persönlichen Biografie, da wird man ja auch merken, dass mir das Thema schon auch nahe geht, weil es um Menschen geht. Genau. Ich habe auch noch eine Vermutung. Ich vermute, du hast ja irgendwie mal was mit Theologie gemacht und hast deswegen dann auch deinen Bachelor. Ja, aber beziehungsweise vorher hast du auch was mit Theologie gemacht, meine ich. Und ich vermute deswegen, du bist aus diesem Job raus und bist jetzt dann beim Fußball gelandet, weil die einfach besser bezahlen. Ja, vom Fußball kann ich leider noch nicht leben, aber es macht mir tatsächlich mehr Spaß, weil man auch eine breitere Masse an Menschen hat und ganz unterschiedliche Menschen um den Verein herum kennenlernt. Ich habe jetzt das Glück, dass ich in einem Verein arbeiten darf oder trainieren darf, trainieren lassen darf, der schon noch Ambitionen hat und das heißt, das Ganze ist echt größer und es gibt einfach alles an verschiedenen Menschen und es ist nicht so eintönig wie in christlichen Kirchen oder Gemeinden. Ja, nice one. Ja, cool. Dann ratzfatz die nächste Kategorie. Sneak Peek. Sneak Peek heißt, du hast eine Bachelorarbeit geschrieben. Erzähl mal kurz, worum geht's? Einfach einmal einen kurzen Überblick, damit wir so grob wissen, was du da gemacht hast. Also der Titel, der hört sich immer mega spannend an, deswegen nenne ich den immer, also nennt man natürlich immer als erstes. Der Titel ist Freikirchen, Ausstiege von jungen Erwachsenen, wieso sie aussteigen und wie sie Lebensphasen spezifisch und entwicklungspsychologisch unterstützt werden können. Das hört sich natürlich erstmal total mega an, so nach einer Bachelorarbeit, die alles kann. Ich habe die auch, das finde ich auch immer ganz wichtig, dazu zu sagen, ich habe die mit Tobias Falk zusammen, also ich habe sie gemacht, Tobias Falk hat sie korrigiert und daher bin ich ganz glücklich, dass ich die mit Tobias machen konnte, weil er mich da ganz gut einbremsen konnte und dieses Thema irgendwo eingrenzen konnte. Es geht, im Großen und Ganzen geht es darum, dass ich mich gefragt habe, gibt es eigentlich einen deutschsprachigen Raum, Forschungsarbeiten zum Thema Freikirchenausstiege. Ich muss auch ganz schnell dazu sagen, dass ich das Wort Dekonstruktion, das weißt du ja auch, der eine oder die andere weiß das auch, die mich schon kennengelernt hat oder mit mir auch schon leidenschaftlich diskutiert hat. Der Jay von Hostartalk, der kann da auch sein Leid trellern. Ich mag den Begriff Dekonstruktion deswegen nicht, weil er nur einen Bruchteil dieser ganzen Phase betrifft. Für mich ist das eine Lebenskrise im Freikirchenausstieg, das nicht mal so hoppla hopp mit, ich baue mir meinen neuen Glauben oder mein neues Leben zusammenhängt, sondern mit Biografien. Und deswegen habe ich mich gefragt, wie wird das eigentlich erforscht in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. In Amerika wird das, glaube ich, sehr, also wird das schon sehr tief erforscht und es gibt sehr viele Quellen dazu. Aber man weiß ja jetzt, der Deutsche oder die Deutsche und der oder die Amerikaner sind dann doch in ein paar wesentlichen Punkten unterschiedlich, was auch gut so ist. Und dann habe ich eben geguckt, habe eigentlich nur zwei Forschungsarbeiten dazu gefunden und dann noch mal ein paar, die sich so am Rande damit beschäftigen und habe das Ganze dann mir angeschaut, eben in der sozialen Arbeit spricht man von Lebensphasen, in denen Menschen leben. Und die Lebensphase der jungen Erwachsenen ist eben, die gibt es noch gar nicht so lange und trotzdem beobachten wir da, dass da die meisten Leute crashen in ihrer Freikirche oder auch in der Kirche oder in ihrer Religion und sich da aufmachen. Und mich hat einfach interessiert, warum ist das in dem Alter so? Warum war das bei mir so, dass ich mit Anfang 20 angefangen habe, nicht nur zu hinterfragen, sondern auch ganz bewusst auszusteigen? Und ja, was ist da entwicklungspsychologisch, was ist da religionspsychologisch dahinter? Und da habe ich mit Tobias Feix im Gespräch sehr schnell gemerkt, ja, da gibt es gar nicht so viel und deswegen könnte man doch mal das kritisieren oder auch mal angucken, um da auch so einen Startschuss zu legen. Und ja, also ich hoffe, es ist mir gelungen. Ich denke, da wird auch noch ein bisschen was hinterherkommen mit Tobias Feix und mir. Aber ich bin immer noch in der Erholungsphase, fünf Monate nach der Abgabe. Nein, das Leben rennt einfach, das Leben rennt einfach. Ja, klar. Gibt es ein paar Richtungen, die ich da einschlagen könnte? Ich glaube, ich fange mal damit an. Es gibt erstmal verschiedene Begriffe, die da umherwabern. Es gibt Dekonversion, es gibt Dekonstruktion und du sprichst jetzt über Freikirchenausstieg. Kannst du da trotzdem mal grob eben sagen, du hast in der Einleitung, hast du diese Begriffe auch unterschieden. Was ist was? Also fangen wir vom Kleinen ins Große an. Dann würde ich mit Dekonstruktion beginnen. Dekonstruktion kommt ja eigentlich eher aus der Literaturwissenschaft. Etwas auseinandernehmen, etwas... Meine Frau ist Deutschlehrerin, deswegen können wir uns über dieses Thema auch immer leidenschaftlich unterhalten. Das ist ganz cool. Dekonstruktion im Horizont von Ausstiegen aus religiösen Gemeinschaften meint eben, ein Teil eines Prozesses, in dem man hinterfrägt, in dem man zweifelt an dem Wahrheitsgehalt dessen, was man beigebracht bekommen hat. Und in dem Glaubenssätze ins Wanken geraten, in... Und ich würde sagen, es ist so eine beginnende Lebenskrise, die man beobachten kann, die wahrscheinlich viele, die das hier angucken oder die dir folgen oder die dem Freikirchenausstiegsnetzwerk folgen, eben auch gerade am Erleben sind oder erlebt haben. Und genau, das ist das Kleine. Dann kommen wir zum nächsten zur Dekonversion. Das ist dann eben schon der Begriff, der eben für das Bewusste verlassen und die bewusste Abgrenzung steht, aus einer religiösen Gemeinschaft. Dazu gibt es tatsächlich viele Forschungen, das ist auch wirklich interessant. Da gibt es ja auch dann die Heinz Streib aus Bielefeld, der auch viel interkulturell, nicht nur interkulturell, sondern auch mit anderen Ländern zusammen forscht. Und der eben auch diese fünf Typen der religiösen Stile entwickelt hat, die auch Tobias Weix in seinen Arbeiten immer wieder mit einfließen lässt. Oder auch sehr schön auf den Freikirchenraum erweitert oder sprachlich reingebracht hat. Und die Konversion meint wirklich dieser Schnitt. Ich verlasse meine Gemeinschaft, ich habe damit nichts mehr zu tun. Ich bin raus, ich orientiere mich andersrum. Es betrifft mich nicht mehr. Und genau, das ist eben dann auch der Unterschied. In der Dekonstruktion sind ja alle Wege offen. Ich kann ja so eine Art Rekonstruktion machen. Das heißt, ich beziehe mich dann schon wieder auf mein Glauben, aber eben anders. Und ich baue was Neues auf. Dann gibt es natürlich die Konversion, die sagt, ich höre damit auf. Oder es gibt dann eben das Ambivalente, was dann auch in der Entwicklungspsychologie auch verordert ist, dass man einfach eine Persönlichkeit entwickelt, die instabil ist und die immer wieder schwankt zwischen ich bin religiös und bin da voll dafür. Das habe ich auch oft bei Freunden, die aus meiner Freikirche oder anderen Freikirchen ausgestiegen sind, auch erlebt. Die waren dann mal wieder ein halbes Jahr die geilsten Missionarinnen und Missionariern unterwegs und sind dann wieder praktisch, wie bei einer Depression oder bei manischen Phasen, eben wieder ein tiefes schwarzes Loch der Unglaublichkeit gefallen, der Sehlosigkeit, der Abgrenzung, haben der Welt gefrönt und vermutlich keine 600 Stunden plus keinen Orgasmus mehr gehabt. Und das ist dann, ja, das begleitet mich jetzt schon den ganzen Tag, tut mir leid. Schau dich die Story bei Jason an, dann wisst ihr Bescheid. Ich glaube, du hattest auch Spaß. Instagram, ja, von meinem Instagram-Kanal. Ja, und da gibt es eben ganz viel dazwischen. Deswegen grenzt nicht nur ich, sondern grenzt auch die Wissenschaftler ganz bewusst ab zwischen Dekonstruktion und Dekonversion. Dekonversion heißt natürlich auch nicht immer dann gleich Unglaube, sondern es kann auch einfach bedeuten, dass man sich spirituell entwickelt oder eben, keine Ahnung, es gibt ja auch genug Beispiele, also ich erlebe diese Beispiele auch, Menschen, die zum Islam konvertieren aus überzeugten Gründen, die ich nachvollziehen kann und die auch schön sind, wenn wir hier beim Podcast schöner glauben sind, die nachvollziehbar sind, die auch bewundernswert sind. Und dann kommen wir zum spezifischen Freikirchen, ne, ich frage ruhig. Okay, wolltest du zum Ausstieg an sich noch was sagen, das mal erklären, ja? Ja, und Freikirchenausstieg ist einfach das Spezifische, dass man einfach dann mit der Kamera draufzoomt und sagt, okay, und wie gestaltet sich jetzt Dekonstruktion und Dekonversion bei Freikirchenausstiegen? Dann gibt es da irgendwelche Unterschiede zu Dekonversionsstudien, genau, dass man da auch spezifiziert wird. Ich weiß nicht, nennt man das, was du gemacht hast, eine Metastudie? Im Grunde, du hast ja keine eigene Studie in dem Sinn gemacht, dass du jetzt eine Umfrage gemacht hast oder Interviews geführt hast, sondern du hast jetzt zusammengetragen, welche Studien gibt es und hast dann eine Methode für dich entwickelt, wie du das analysierst. Also ich meine, ich muss es mir, boah, ich habe es mir vorher jetzt auch nicht mehr durchgelesen, ich habe es ja irgendwo auch benannt, ich glaube, es ist eine methodisch-systematische Analyse. Es ist, ob es auf der Meta-Ebene ist, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich schon. Also ich bin ja nicht klein klein irgendwie jetzt eingestiegen. Ich habe, wir haben über die Burning Church oder über die Wiener Projektgemeinde, habe ich jetzt hier auch Kontakte oder du kennst ja auch die Baptistenhochschule in Enztal, da habe ich zum Beispiel nachgefragt, habt ihr da eigene Studien darüber, habt ihr euch da mal beschäftigt? Und das habe ich schnell gemerkt, dass es das eigentlich nirgends gibt und habe mich dann auch schnell entschieden, eben auf der Meta-Ebene zu bleiben, zu gucken, gibt es große Studien darüber. Ich meine, es gibt bestimmt kleine Bachelorarbeiten darüber, es gibt bestimmt Forschungs- oder Hausarbeiten zu dem Thema, aber die haben mich tatsächlich nicht interessiert, sondern was sagen so die, die theoretische Sagen haben im deutschsprachigen Raum. Dazu gehören natürlich dann Masterarbeiten, dazu habe ich eine gefunden und sonst nichts. Aber ich habe natürlich von oben drauf geguckt und habe sehr hochtrabend angefangen. Das ist immer bei mir gewesen, wie jetzt auf der Bibelschule oder auf der Evangelischen Hochschule Hausarbeiten gemacht habe. Ich habe sehr steil angefangen mit sehr vielen Thesen und sehr viel, was ich alles schaffen will. Und wie gesagt, ein Riesen-Dank da auch einfach an den Tobi Falks, der mir da auch sehr geholfen hat, mich da einzugrenzen. Und ich denke, das ist mir hier tatsächlich besser gelungen, dass ich das, was ich am Anfang hochtrabend angekündigt habe in der Arbeit, auch runtergebrochen habe. Es ist halt nur eine Bachelorarbeit. Es ist halt verschwindend geringe Zahl von Seiten. Ja, ich fand eben spannend. Also ich würde da gerne nochmal einhaken. Wenn ich das richtig gesehen habe, hast du irgendwie sechs oder sieben Arbeiten, also sieben Studien hast du untersucht. Und unterm Strich habe ich das so rausgehört, dass eigentlich zu diesem ganzen Thema Freikirchenausstieg explizit ist einmal eben die Studie von Tobias Falks über Kirchenaustritte und eine Masterarbeit, da kommen wir gleich nochmal zu Oliver Rügger vom IGW. Hat er das, glaube ich, gemacht, ne? Im ICF-Spektrum, ne? Also das muss man auch gleich dazu sagen. Es geht da nicht um pietistische landeskirchliche Freikirchen oder um charismatische Freikirchen, sondern es geht wirklich ganz dezent um den ICF-Kontext. Ich würde mal jetzt sagen, es ist recht übersichtlich. Also es ist einfach... Es ist eine Masterarbeit. Klar, die Masterarbeit ist ja gut, aber für mich ist der Punkt, dass die... Ach, du meinst generell? Ja, ja, verstanden. Es ist einfach super wenig an Studienmaterial. Das ist also einfach sehr, sehr, sehr unübersichtlich. Da wäre meine Frage erstmal, hast du eine Erklärung dafür? Also warum wird das nicht erforscht? Ich meine, es gibt zig Studien, wo es um Kirchenaustritte geht, wenn es um die Landeskirche geht. Aber in Freikirchen, warum ist das so ein blinder Fleck? Ja, da trägerst du mich gerade, wir haben uns ja am Sonntag kurz in Frankfurt am Bahnhof getroffen. Und da habe ich die Katharina, also habe ich euch kurz zugelabert, weil wir ja gesagt haben, wir machen an Tonnersberg den Talk und habe dann gleich die Landeskirche in den Mangel genommen. Ich finde es total interessant. Also zum einen finde ich es sehr schade, dass die Landeskirche nur auf Kirchenaustritte guckt und gar nicht darauf guckt, kommen überhaupt Leute aus der Freikirche, kommen die aus der Freikirche zu uns? Also und warum kommen die zu uns? Und was könnten wir denen anbieten, wenn die zu uns kommen? Was hätten wir denn an Inhalt oder vielleicht auch an Begleitungsmöglichkeiten, um diese Menschen auch so ein bisschen rauszuführen, also wenn sie aus fundamentalistischen Gemeinschaften kommen? Ich meine, es gibt, und das will ich auch nochmal sagen, das wird mir manchmal in dieser Freikirchen-Austriegsszene sehr wenig betont. Es gibt auch richtig geile Freikirchen. Es gibt ganz tolle Freikirchen. Natürlich, meine große Liebe gehört da der Baptistengemeinde in Wien, Mira und Charnet und Co. Das wissen die natürlich auch. Und es hätte ich auch nie gedacht, dass ich mich wieder mal an meiner Freikirche zugehörig fühle. Da tue ich es. Und trotzdem finde ich es total schade, dass die Landeskirche da überhaupt kein Interesse hat, zu sagen, naja, also wir hören immer, von uns gehen die Leute zum ICF, weil die cooler sind und die sind ja alle anfällig für einen einfachen Glauben und Mimimi, aber die sehen auch gar nicht so, okay, könnten wir auch wieder Kunden zurückgewinnen. Also könnten wir auch wieder Menschen zurückgewinnen. Das finde ich interessant und dann glaube ich einfach, was Tobi Feiks auch in der ersten Studie, die sie gemacht haben, noch in Marburg, wie heißt sie, warum ich nicht mehr glaube. Ja, das ist die veröffentliche Version. Genau, da tun sie schon auch sehr gut drauf hinweisen. Und darauf gab es ja eben dann, das Buch ist ja, also das muss man ja auch nochmal erzählen, weil viele, das ist ja schon ein paar Jahre her, glaube ich, 2015, ist für manche, die jetzt hier zugucken oder die in dem gelben Freikirchenausstieg mitwirken, das sind ja acht Jahre, ja, da waren viele noch gar nicht da. Man muss ja sagen, das Buch ist ja auf dem Index gelandet von bestimmten Freikirchen. Also da gab es ja dann Sitzungen, ich habe ja bei einem südwestdeutschen Verband gearbeitet, den ich auch schätze, aber der mir dann auch zu konservativ ist, gearbeitet. Und da gab es dann auch Dienstbesprechungen und auch in Verbund mit der Liebenzeller Gemeinschaft. Und da war ja auch die ähnliche Zeit, wo Thorsten Hebels Buch Freisprung mal rauskam. Und da hat man diskutiert, wie kann man diese Studien so legen, dass wir geil sind oder dass die Menschen bei uns, die nicht so lesen, dann, sonst könnten sie ja auch zweifeln, wenn sie von dem mündigen Glauben lesen, der mit Zweifeln und Hinterfragen zu tun hat und Eigenständigkeit. Und in dem Buch, deswegen hole ich kurz aus, sagen sie eben schon, das ist ein Thema, über das nicht gern gesprochen wird. Da will ich zum Beispiel auch die Studie von Markus Rücker ganz krass kritisieren, oder habe ich auch gemacht, weil er sagt, okay, die verlassen ist aus den Gründen überhaupt und so. Aber da hätte man mal nachbohren müssen. Oder auch speziell das ICF hätte sich da mehr stellen müssen, oder andere Gemeinden hätten es da auch mehr stellen müssen in der Schweiz. Das wird einfach so totgeschwiegen. Und dann wird einfach gesagt, ja, die verlassen wir uns, die haben halt den Glauben verloren. Und ja, die waren eh nie richtig dabei. Und ich glaube, weil das Thema tatsächlich so behandelt wird, und weil viele Leute in diesem System Angst haben, dazu zu stehen, dass ihre Gemeinschaftsverbände oder ihre christlichen Gemeinschaften anfällig sind, dass sie dann nicht darüber forschen wollen, oder dass das so unter den Teppich gekehrt wird. Ich glaube, das ist tatsächlich bis heute das Problem. Und wahrscheinlich liegt das im Moment auch an Fördergeldern, wie so oft. Spannend. Spannend. Ich hau die nächste Kategorie raus. Yes! 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 So. Bitte? Ich muss lachen. Ich muss lachen. Es ist wieder deine Insta-Story. Das, was mir an der Bachelor-Arbeit, an deiner Bachelor-Arbeit am besten gefallen hat, oder was ich mit am spannendsten fand, war, dass du den Fokus gelegt hast auf die Jugendphase. Und dann, ich versuche es nochmal anders in Worte zu fassen. Ich erlebe diese ganze Debatte um Austritte aus Kirchen, um Dekonversion, Dekonstruktion und so weiter. Ich erlebe das sehr theologielastig. Ja, dass Menschen da erzählen, also du glaubst nicht mehr an X, Y und Z, Evolution, Glaubwürdigkeit der Bibel, Widersprüche, Sühne-Opfer-Theologie und den ganzen Kram. Da finde ich das spannend. Tobias Feix hat ja da schon mal in seiner Studie aufgefächert, naja, das ist ein Typ von acht. Ja, also Leute, die aussteigen aus dem Glauben, weil sie intellektuelle Schwierigkeiten haben. Und du hast aber jetzt nochmal einen völlig anderen Drive. Du bringst nämlich jetzt nochmal die Frage rein, also Jugendliche, wir müssen erst mal klären, was sind überhaupt Jugendliche, was ist das Jugendalter und dann, welche Entwicklungsaufgaben haben die? Und dann bist du hingegangen und hast das dann eben in Beziehung gesetzt zu der Frage, gibt es bestimmte Entwicklungsaufgaben bei jüngeren Menschen? Und was hat das mit Ausstiegen zu tun? Wie, gibt es da irgendwelche Bruchstellen oder, und daraufhin hast du dann auch die verschiedenen Untersuchungen, die verschiedenen Studien hast du daraufhin dann untersuchst. Magst du das mal durchgehen? Also fangen wir erst mal an, Jugend, was ist das? Muss ich dich, ja, muss ich dich gleich korrigieren. Mach das. Genau, eben nicht Jugend, sondern junge Erwachsene. Okay. Da tun wir, also es ist ja so, dass diese ganze Jugendforschung noch gar nicht alt ist und da muss man, also wenn das interessiert, Hurrellmann ist da eben mit ganz vielen verschiedenen wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die natürlich alle auch genannt werden, aber ich kann mir leider keine Namen merken, deswegen sieht mir nach, dass ich nur den Männernamen nenne. Aber man geht halt nach Hurrellmann und sagt dann immer so wissenschaftlich at all, oder wie sagt man, ich habe selber kein Abitur gemacht und ohne Abitur studiert, deswegen Latein, lass mich damit in Ruhe. Der hat praktisch diese Jugend- und junger Erwachsenen-Forschung aufgegriffen und sagt, naja, Jugend, sowas gibt es ja eigentlich erst, keine Ahnung, seit den 70er Jahren, so, oder auch junger Erwachsenen. Davor war das so, vielleicht ganz kurz diesen Weg in aller Kürze, das ist eigentlich echt spannend. So, ne, früher war das so, was war dein Vater, Jason, vom Beruf? Ach Gott, keine Ahnung. Also meiner war Verwaltungsfachangestellter, so, ne, dann wäre ich aufgewachsen, wäre mit 12, 13 da in die Lehre gegangen und hätte das dann auch den Rest meines Lebens gemacht, hätte mit 14, 15 geheiratet. Wenn ich überhaupt geheiratet hätte, ich meine, es gab auch Jahrhunderte, da hat die Kirche gesagt, ihr müsst gar nicht heiraten. Ist uns eigentlich egal, da hat man meistens geheiratet, wenn die Enkel kamen, das stellt man heute ja auch so anders dar. Und dann hat man irgendwann angefangen, vor allem in höheren Bildungsebenen oder wenn die Leute einfach reicher waren, hat man gesagt, ja, wir wollen unseren Kindern ja auch schon mal so eine überlanges Zeit einräumen, dass sie dann auch so ein bisschen so eine Vorbildung haben und dann kam die industrielle Revolution und da hat man dann diese Ausbildungsphase reingemacht, dann gab es die Jugend, also dann gab es Kindheit, Jugend, Erwachsenenalter, Senioren und irgendwann kam dann jetzt auch in den letzten Jahrzehnten eben die Phase der jungen Erwachsenen rein, weil man gemerkt hat, dieser Übergang von Jugend zu Erwachsenen, der funktioniert nicht so richtig. Oder da gibt es irgendwelche, da gibt es ganz viele Brüche, der gelingt ganz oft nicht. Ich meine, man kennt ja dann so die Storys von dem Nesthäkchen, das noch mit 35 zu Hause wohnt und die dritte Ausbildung abgebrochen hat und irgendwie nicht so ins Leben findet oder die Person, die mit 35, 40 auch noch keinen Partner haben, was ja nicht schlimm ist, aber die Gesellschaft tickt da eben noch so, dass man gesagt hat, naja, aber warum ist das so und warum werden diese Leute immer so stigmatisiert, so ja, einer ist halt noch nicht erwachsen. Und deswegen hat man dann irgendwann diese Lebensphase junger Erwachsenen im Blick genommen, man hat gesehen, das entwickelt sich einfach auch aus verschiedenen Gründen. Und ja, genau, also wahrscheinlich, ja, am besten sage ich auch noch kurz, diese verschiedenen Phasen, also, wo man sagt, Erwachsenen ist eigentlich, wer sich in vier, seine Identität in vier Punkten maßgeblich entwickelt hat. Da möchte ich übrigens auf die Rebecca schon klug verweisen, da habe ich ganz viel von ihr, oder ich konnte da voll gut drauf aufbauen, ihre Doktorarbeit, auch irgendwas mit, ich bin so schlecht, mir was merken. Auch mit jungen Erwachsenen und Kirchen, ja, es ging auch um das Thema jungen Erwachsenen und Kirchen und Kirchenaustreter, aber ferner dann eben spezifisch in ihrer Landeskirche, wie junge Erwachsenen und Kirchen noch zusammenpassen. Das ist eine fantastische Arbeit, die Rebecca da geschrieben hat. Wir haben uns mal irgendwann kennengelernt und mal ein bisschen miteinander geredet, deswegen nenne ich sie jetzt einfach Rebecca, auch wenn sie flüssig kriegt, wer ist der Typ? Ich kenne sie persönlich auch. Ja, ja, ein bisschen kenne ich sie, aber genau. Ja, emergente Grüße. Und dann, genau, und da bin ich so ein bisschen auf den Richter gekommen und Hurlmann und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen eben, okay, also Erwachsenen ist eigentlich, wer eine eigenständige wirtschaftliche Identität hat, also wer für sich selber sorgen kann. Erwachsenen ist, wer eine konsumentische Identität gebildet hat, das heißt, wer Anteil am Markt hat, dazu gilt auch das, was wir beide jetzt hier machen, ja, ein Content hochladen, damit teilt man auch etwas, was andere konsumieren. Erwachsenen ist, wer eine politische Identität hat, das heißt, wer Teilhabe hat, wer sich engagiert, wer wählen geht, wer, keine Ahnung, Fridays for Future, das ist da ja auch ein sehr gutes Stichpunkt. Und Erwachsenen ist, wer eine eigene räumliche Identität beziehungsweise eine partnerschaftliche bildet, also wer eine eigene Wohnung hat, wer eine Beziehung lebt. Aber da ist immer noch mal die Unterscheidung, als Single kann man trotzdem erwachsen werden, man muss nicht heiraten, sondern es geht da vor allem um die Eigenständigkeit, dass man selber wohnt, selber für sich sorgt. Genau, da hat man gemerkt, okay, ja. Dann, also ich fand spannend, du hast in dem Bereich dann gesagt, dass es da zu einer Spannung kommt. Also, dass das Jugendalter oder zumindest, wie hast du da gesagt, Jugendliche müssen Spannung aushalten, als Beispiel hast du da genannt, die können sich zwar politisch engagieren, aber sie dürfen zum Beispiel nicht wählen. Sie können auch Konsumenten sein, aber in einer gewissen Weise noch nicht erwerbstätig sein. Also diese Spannung, Status, Inkonsistenz war da das Stichwort. Und das ist ja, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, was Neues. Also in dem Sinn gab es das vor den 70er oder 50er Jahren so nicht. Da ist jetzt was Neues dazugekommen. Ja. Menschen werden älter und... Ja, auch das Seniorenalter steigt. Also es ist ja nicht mehr so, dass man bis man mal 80 ist arbeitet oder bis man 70 ist arbeitet und dann noch fünf Jahre lebt und stirbt, sondern auch diese Zeit dehnt sich immer weiter aus. Ja, eigentlich sagt man, dass die Lebensphase der Kindheit und des Erwachsenenseins eigentlich immer kleiner werden im Vergleich zu der Lebensphase der jugendjunge Erwachsene und der Lebensphase der Senioren, weil wir, also noch leben wir in der Wohlstandsgesellschaft, noch werden wir älter, noch können wir das Jugend- und Kindesalter schützen, weil noch die Arbeit nicht dringend benötigt wird. Wir sprechen ja auch von Fachkräftemangel und wir sprechen auch davon, dass die Arbeitslosigkeit hochschnellt, weil die Stellen nicht gut besetzt werden können oder weil die Jugendlichen keine eigene erwerbstätige Identität mehr ausbilden können, weil das an vielen Stellen scheitert. Und das ist schon noch alles sehr, sehr spannend. Genau, und um da jetzt auch nochmal einen Bogen zu spannen, als ich das so gelesen habe und mich damit beschäftigt habe, ist mir so eigenbiografisch aufgefallen, naja, wann ist man denn in einer konservativen Freikirche erwachsen? Und ich habe meine Freundin, wir haben auch sehr jung geheiratet. Wir haben mit Anfang 20 geheiratet aus diesen Gründen, aus denen man in einer konservativen Freikirche eben heiratet. Und dann sind wir da so schrittweise auch rausgewachsen und haben uns auch davon distanziert und da haben die Freikirchen auch verlassen. Und es war total interessant. Ja, dann war ich so, ich dachte immer, naja, ich habe bis jetzt Jungschau gemacht oder Teen-Kreis oder Jugendkreis und war da leider, jetzt bin ich verheiratet, jetzt komme ich so in der Erwachsenengemeinde ein und dann, ich denke mal, mit Anfang 20 oder, ja, genau, mit Anfang 20 Jahre komme ich in den Ältestenkreis und dann kann ich mitbestimmen und irgendwie wurde ich da nicht gefragt. Kann natürlich auch mir liegen, klar. Aber ich fand das interessant, dass dann plötzlich andere in meinem Alter da relativ schnell reingekommen sind. Und dann ist mir der springende Punkt aufgefallen, Kinder. Kinder machen mich zu einer Familie, machen mich zu einem ehrbaren Mann. Also in der Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, sind Frauen eh nicht mit in den Entscheidungen. Da werden Frauen in den Ältestenkreisen eingeladen, wenn es Dinge betrifft, die die Frauen betreffen. Wo ich mich immer frage, welche Dinge in der christlichen Gemeinschaft betreffen, Frauen nicht oder Männer nicht. Also, ja, und da ist mir das schon früher aufgefallen und ich bin dann, fand das dann ganz geil, dass ich in dieser Arbeit dann auch so ein bisschen vertiefen und ausarbeiten konnte und bin auch einfach auf eine Parallelgesellschaft gestoßen. Also man spricht ja immer von der Parallelgesellschaft, aber dann spricht man immer so auch im Instagame. Du weißt, ich bin dem ja immer so ein bisschen kritischer. Ich bin nicht so der Influencerinnenfreund, aber respektiere das auch bei der Achtung vor dem, was die Menschen machen. Aber ich finde es krass, ich komme immer so, ja, Christen stehen auch für Sex vor der Ehe, Christen stehen für die queere Zähne ein. So sind immer diese großen Schlagworte, die auch irgendwie so in Konkurrenz zu dem, was du gesagt hast, stehen, zu dem theologischen Diskurs. Ja, ist die Bibel wirklich Gottes Wort? Was ist mit der Evolutionstheorie? Das sind alles so hohe Schlagworte, aber letztendlich spielen sich die Dramen und das alles im persönlichen Leben von Menschen ab. Und an dem Punkt finde ich diese Parallelenwelt einfach mal wirklich so greifbar. Nicht so, ja, das sind halt die sonderbaren konservativen Christen und wir hippen Christen, wir sind viel geiler, sondern an was mache ich das fest? Und ich habe wirklich entdeckt, man heiratet mit Anfang 20 und führt plötzlich ein ganz anderes Leben als die jungen Erwachsenen um sich rum. Also wieder zur Eingreizung, junges Erwachsenenalter geht ungefähr von Anfang 20 bis 26, 27. Das ist junges Erwachsenenalter. Das heißt, so mit der Bildung einer Familie oder einer Partnerschaft oder räumlichen Identität spricht man in der Gesellschaft davon, dass die meisten Leute erst mit Ende 20 da ankommen, ja, dass sie eine eigene Wohnung haben, dass sie für sich sorgen können, alles das, ja. Und in diesem christlichen Bubble ist es so, das ist mit Anfang 20, ja, die bauen teilweise mit Anfang 20 Häuser, die Frauen bleiben dann teilweise daheim, weil sie drei Kinder bekommen haben, also ab Anfang 20, also mit 21, 22, wenn sie das Glück hatten, einen Partner gefunden zu haben, viele bleiben ja auch Single. Und dann hast du da so kleine Erwachsene, also das sage ich jetzt ganz gern, weil ich ja selber in dem Alter war und da auch dachte, ich kenne mich in der Welt aus und weiß, wie alles funktioniert. Da hast du so kleine Erwachsene, Familien und wenn dann Beziehungen auseinanderbrechen und Ehen kaputt gehen, das habe ich wirklich oft auch miterlebt und ich selber und meine Beziehung und unsere Beziehung ist auch nicht geschützt, das sind mir jetzt auch bewusst, dann siehst du plötzlich, dass diese Leute einfach nicht erwachsen sind. Und wenn sie sich dann Ende 20 mal trennen, weil sie merken, oh, der Partner, die Partnerin hat sich ganz krass verändert mit Anfang 20, war die anders. Ja, das ist so, weil man sich bis Ende 20 noch weiterentwickelt und verändern kann und wenn man dann plötzlich dasteht und sagt, wer bin ich eigentlich? Für was stehe ich eigentlich? Das ist total krass. Ich hake mal eben kurz ein. Ich finde, das war tatsächlich der Punkt, der mir extrem stark eingeleuchtet ist. Also diese Jugendphase ist quasi neu. Das hat es früher nicht gegeben. Und die, ich sag mal, Lebensweise in evangelikalen oder freikirchlichen Settings hat sich da aber nicht angepasst. Ja, also theoretisch muss man schon... Früher hat man mit 14 geheiratet. Wir reden ja immer von den 70er, 80ern, die in konservativen Freikirchen reproduziert werden. Also nur noch mal zu eingrenzen. Damals hat man mit 14 geheiratet, dann hat sich das irgendwann nach vorne verschoben. Aber wir reden von Anfang 20, ja. Und gesellschaftlich reden wir da von einer ganz anderen Zahl, ja. Also das ist quasi aber die Spannung, dass jugendlich sein oder erwachsen werden, dass es heute anders funktioniert als vor 60, 70, 80 Jahren. Und dadurch ergeben sich Sollbruchstellen, wo Menschen in Freikirchen nicht mehr mitkönnen, weil eben die Gesellschaft heute anders ist. Heute sind diese vier Punkte, die du genannt hast, also Partnerschaft, Alleinleben, im Beruf ankommen und so weiter. Das funktioniert heute anders. Also mein Opa, der hat tatsächlich noch, ich glaube, mit 16 angefangen zu arbeiten. Oder noch früher. Das funktioniert heute nicht. Also heute fangen manche Menschen erst, wenn sie länger studieren, mit Mitte, Ende 20 an zu arbeiten. Also das sind einfach Dinge, die anders sind. Und das erzeugt Sollbruchstellen und kann dazu führen, dass Menschen aussteigen. Auch, ja. Ja, total. Oder aber auch, dass sie scheitern. Also, dass sie damit nicht mehr klarkommen. Und dann spricht man ja auch von diffusen Identitäten, also die gar nicht wissen, wo sie leben, also wie sie leben sollen und welchen Regeln und Normen sie jetzt eigentlich folgen sollen. Ich hatte eine Mitkommunitonin an der Art der Bibelschule, die dann noch woanders studiert hat. Und die hat irgendwann, wir haben uns mal wieder getroffen und ein bisschen gequatscht, dass wir nicht nur die besten Freunde auf der Bibelschule, aber es hat dann doch für ein gutes Gespräch noch gereicht, Gott sei Dank, weil ich das höchst interessant fand, dass sie, oder was ich auch erlebt habe, ich bin damals im Fußballverein, sie ist studieren gegangen, ich dachte immer, dass die Leute, die keine Christen sind, schlechte Werte haben. Und ich habe gemerkt, wir haben genau die gleichen Werte. Und also sie als Person, jeder hat ja seine eigenen Werte, für die er eintritt oder die ihm wichtig sind. Und das war für sie ein Schock, ja. Und das hat sie dazu gebracht, sich von christlichem Glauben zu distanzieren und zu entfernen, weil sie gesagt hat, mir wurde immer erzählt, dass alles draußen böse ist und dass die Werte, die da gelebt werden, in die Hölle führen. Aber ich merke plötzlich, die Menschen sind genauso wie ich. Und bei mir war es der Fußballverein während der Bibelschulzeit, dass ich gemerkt habe, ey, finde ich geil, da sind Leute, die wollen abends in der TG nicht über Jesus reden, sondern über den FC Schalke 04 oder Borussia Mönchengladbach oder über den Scheiß-Trainer im Dorfclub, der schlechtes Training macht. Und das ist dann einfach. Und dann merkt man plötzlich auch eine Befreiung, eine Weite, die man vorher nicht kannte und hat dann, ich stehe dann vor Entwicklung nach einer neuen Entwicklungsaufgabe. Tatsächlich. Und ich fand das schon interessant. Ich finde es auch immer wieder interessant, nach Amerika zu gucken, also was dann auch eben diese emergente Szene da sagt. Und da finde ich Brian McLaren eigentlich so richtig geil. Er sagt ja immer, also Brian McLaren sagt, ja, das System, was ich da entwicklungspsychologisch oder religionspsychologisch aufgestellt habe, das ist so Laienzeug, das habe ich alles mal zusammengeschustert. In seinen Büchern auf der anderen Seite sind das dann Vorträge, die er an Hochschulen gehalten hat und systematisch aufgebaut, wo er sagt, ja, meine Phase ist hier bei, ist fauler Stufen des Glaubens, die Phase und bei Streibe, das ist der religiöse Typ. Also er arbeitet da schon ziemlich geil und er beschreibt das ja auch mit diesen Bäumen. Also ich finde auch den Vergleich, eigentlich den besten, den ich jetzt gefunden habe dafür, dass es verschiedene Glaubensphasen gibt. Dass es diesen Start gibt oder dieses Hochgefühl, dieses, ich bin da voll spirituell, religiös unterwegs und dann kommt so eine Verstetigungsphase, dann kommt eine Hinterfragungsphase, dann kommt auch eine Abkehrphase und dann geht das alles wieder von Neuem los. Und das passiert eigentlich unser ganzes Leben. Das finde ich einfach so ein tolles Bild dafür. Das ist nicht bedeutet, ich gehe dann wieder zurück zu meinem Kinderglauben oder zu meinem evangelikalen, fundamentalistischen Glauben, sondern auch der eifernste Atheist fröhnt seiner Gläubigkeit und gibt alles für seine Frömmigkeit und hat Phasen, in denen er an seinem Atheismus verzweifelt und ihn loshaben möchte. Also auch mal, oder auch der Humanist oder der Buddhist oder die Buddhistin oder wie auch immer. Und das finde ich so ein ganz tolles Bild bei Prime-Miklern. Das leitet wunderbar über zur nächsten Kategorie. So, da können wir direkt mal nämlich ein bisschen nachhaken. Die What-Kategorie, das ist alles das, was ich kritisch finde, aber eben auch das, was kontrovers ist. Und da, also im Sinne von, da ist ein Diskurs und da können wir mal einsteigen. Er hat Brian McLaren genannt. Ich finde ganz witzig. Der hat ja vor, weiß nicht, zwei Jahren oder so dieses Buch rausgebracht, Faith After Doubt. Und da hat er verschiedene Stufen des Glaubens vorgestellt. Ich war so ein bisschen, äh, echt jetzt. Warum? Er hat 2010 dieses Buch hier geschrieben, Naked Spirituality. Cooles Buch. Ja, aber mal guckt, auf Seite 33 findet man genau diese vier Stufen. Ja, also Simplicity, Complexity, Perplexity and Harmony. Hat er damals schon rausgehauen und dann, weiß ich nicht, zwölf Jahre später hat es, hat eben, oder zehn Jahre später hat sich keiner mehr an das alte Buch erinnert. Da hat er sich gedacht, na komm, Remake. Ja, und er schreibt dir dann eben in den Buch rein und sagt, ja, das ist ja gar nicht, ja, da habe ich so ein bisschen daran gearbeitet, aber es ist nicht so tief trabend und so, aber es ist schon auch sein Lebensding. Also es ist schon auch das, wo er will, dass das von ihm bleibt, glaube ich. Ich denke auch, es ist auch nicht schlecht, ja, also diese, vielleicht ganz kurz, also die Idee ist ja, er möchte aufzeigen, wie sich Religiosität entwickeln kann. Und er sagt, es gibt erst eine Phase, die ist simpel geprägt durch viel Schwarz- und Weißdenken. Ich mache es mal eben, ich mache es mal genau, ich stelle es mir eben genau vor, weil das ist eigentlich schon eine, 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 und da ist mein Punkt, wo ich ja auch so der größte Kritiker der Dekonstruktionsbewegung oder der Freikirchenausstiegsbewegung bin, dass immer nur eine Phase dieses ganz, diese ganzen Lebenskrise aufgedröselt wird und das, für mich fehlt einfach der religionspsychologische Hintergrund und das ist ein wissenschaftlicher Hintergrund, weil er, weil es um Psychologie geht, also um die Psyche des Menschen und weil es nicht mit einem Workshop getan ist, also Dekonstruktion oder nicht mit einer seelsorgartischen Begleitung durch diesen, also kann auch klappen, natürlich, klar, aber das ist eine Lebenskrise und dafür gibt es Entwicklungspsychologinnen und Psychologen und Wissenschaftler, die die Standards setzen, an denen die Psyche einzuordnen ist und ich finde, man fällt einfach von der anderen Seite vom Pferd, wenn man sagt, ja, die Evangelikalen, die Parlamentalisten, die Freikirchler, die sind unwissenschaftlich und unseriös und mir fehlt aber auf der anderen Seite, die praktisch dafür eintritt, Freikirchenaustritte auf Menschen unterstützen möchte darin, auch da zu sagen, naja, aber was passiert in deiner Psyche und soll es da nicht Profis geben, Menschen, die das auch studiert haben, Therapeutinnen, Psychologinnen, die das begleiten und das fehlt mir in dieser ganzen Diskussion, das wird mir zu viel gerandet und zu viel mit dem Finger gezeigt, anstatt da drauf zu gucken und zu sagen, okay, es gibt eben Fauler, der die Stufen des Glaubens gemacht hat, es gibt eben Brian McLaren, der seine vier Phasen gemacht hat, es gibt da ganz viel, es gibt einen Streit mit den spirituellen Stilen, die ich übrigens viel geiler finde, weil sie so überlappend sind, also weil ich einfach, meinen ersten Stil, den ich mal hatte, den ich verlassen habe, den finde ich trotzdem in meinen Grundbedürfnissen oder in existenziellen Momenten wieder, das ist auch nicht schlimm, so, ja, das finde ich bei ihm ganz entspannend und darüber müsste man viel mehr reden, um den Menschen klarzumachen, du wirst dein Evangelikales, die Gene, die du, oder das, was du in der Autobahn in deinem Gehirn, was abgespeichert ist, das wirst du nicht rauskriegen, das wird dich dein Leben lang begleiten, du kannst damit umgehen, du kannst neue Verhaltensweisen lernen, Strategien lernen, das zu überwinden, ich habe ganz lange gebraucht, auch verschiedene Verhaltensmuster hinzukriegen in Situationen, dass ich nochmal ausatmen, einhauen konnte und sagen konnte, okay, wie gehe ich jetzt damit um, ich will damit anders umgehen, aber sich damit auch irgendwo zu versöhnen und zu sagen, das ist auch ein Teil von mir, ich kann den ja nicht ausradieren, das geht nicht und Dekonstruktion hört sich in der ganzen Diskussion für mich an, ja, ich reiße alles nieder, ich lasse alles hinter mir und beginne neues Leben, ja, aber ich habe meine Gene, so, also ich werde mein Papa immer ähnlicher, inzwischen, nach der Teenie-Phase kann ich damit ganz gut leben, glaube ich, und auch Dinge ganz bewusst anders machen als mein Vater, aber ich habe diese Gene, ich komme nicht raus aus mir, ich habe einfach psychosomatische Prozesse in mir, die laufen so, weil ich dieses Erbgut in mir habe und genauso ist das mit biblischen Wahrheiten, die ich als, vom Kindesalter bis zum jungen Erwachsenenalter verinnerlicht habe, die werden mich immer begleiten und ich muss damit lernen, klar zu kommen und ich muss damit lernen, mich auch damit zu versöhnen, nicht sagen, es war alles gar nicht so schlimm oder so, sondern einfach zu sagen, das ist Teil meines Lebens gewesen und das ist es heute nicht mehr, aus diesen, diesen Gründen und da finde ich einfach, es ist ein bisschen einfach zu sagen, ja komm, wir reißen bei Dekonstitutionen alles ein, das ist ein geiler Prozess und am Ende kommt ein neuer Mensch raus, das ist nicht so und das ist der Wunsch, den wir Menschen haben, aber ich scheitere an den gleichen Dingen, an denen ich auch in meiner Freikirchenzeit gescheitert bin, ich falle da auf die Schnauze, wo ich einfach schon immer auf die Schnauze gefallen bin und letztlich muss ich sagen, okay, das Leben ist so, ich bin so, ich kann mein Bestes geben, vielleicht in ein paar Bereichen kein großes Arschloch zu sein und wenn ich ein Arschloch war, dann gehe ich zu den Menschen hin und habe hoffentlich die Größe, mich zu entschuldigen, aber mit einer Dekonstruktion lasse ich das nicht hinter mir, auf keinen Fall, ich werde das, wenn ich 80 Jahre alt werden sollte, mich wird dich das immer noch begleiten und deswegen finde ich die Stufen, also finde ich Religionspsychologie so geil, weil da sind wir jetzt auch Tränen und ich stelle es mir doch noch vor, weil ich finde das geil. Genau. Raus. Ich, ja, ich glaube, wir können gleich nochmal, da ins Detail gehen, ich stelle einfach mal kurz Brian McLaren's Idee vor, also er sagt, Religiosität entwickelt sich in Stufen, er sagt nicht, du kommst von der einen Stufe in die nächste und dann in die nächste und dann bleibst du da, sondern er sagt, das kann, du kannst in deinem Leben, kannst du in unterschiedlichen Situationen, in den unterschiedlichen Stufen sein und ich glaube, wenn man mal irgendwie Erziehungswissenschaften oder sowas studiert hat, dann erinnert das vielleicht so ein bisschen an Piaget, Piaget, der, also zumindest sagt Brian McLaren ja eben, dass er seine Ideen auch auf Piaget aufbaut, das ist ja auch eben so ein Stufenmodell und wahrscheinlich kann man da auch ähnliche Kritikpunkte ran finden, aber die Idee ist, du hast, in der ersten Phase hast du die Simplizität, die Simplicity und da geht es darum, du lernst den Glauben erstmal kennen und du hast ein Schwarz-Weiß-Bild, bist erstmal, du kommst erstmal rein und dann kommt die Komplexität und das ist die Phase, also in der freikirchen Zeit, würde ich vielleicht sagen, da geht man von Konferenz zu Konferenz, man macht Mentoring, man liest viele Bücher, man bildet sich und man lernt das viel tiefer kennen und hat aber auch ganz viel Feuer dabei und gibt Gas und dann kommt die dritte Phase, Perplexity, das ist dann eine Phase, wo auf einmal nichts mehr zusammenpasst, wo vielleicht Risse kommen, Krisen im Leben und so weiter und man ist eben in dieser Phase, wo, ja, wir würden wahrscheinlich sagen, Dekonstruktion, also die Dinge passen nicht mehr zusammen, man erlebt dieses Hinterfragen und das Ganze verliert auch an Stabilität, das Ganze wird instabil und dann, sagt er aber, gibt es eben eine Möglichkeit einer vierten Phase und das finde ich eigentlich die stärkste Formulierung, dass er sagt, er nennt das Harmonie, er nennt das eben nicht, ja, dann bist du jetzt irgendwie erleuchtet oder sowas, sondern er sagt Harmonie und Harmonie ist ja eben die Idee, dass du schon Dissonanzen hast, aber das Zusammenspiel von Dissonanzen und von geraden Tönen, weiß nicht, ob man das musiktheoretisch sagt, aber Disharmonien und Harmonien ergeben zusammen eben dieses Neue. Das ist, glaube ich, die Idee. Also, ne. Und wie es Falks würde hier von Ambiguitätstoleranz sprechen, also, dass man Widersprüchlichkeiten aushalten kann. Genau. Klar, das ist ein guter Begriff da. Genau. Ich mag das grundsätzlich, weil das, glaube ich, auch auf so die Bubble, in der Brian McLaren sehr stark gelesen und gehört wird, das passt, glaube ich, auf viele, ja, dieser klassische evangelikale Weg, du wirst da rein, du plumpst da rein, du steigst auf, genau, und am Ende stehst du vorm Scherbenhaufen und vielleicht kannst du dann aber nochmal rekonstruieren. So, das ist, glaube ich, sehr klassisch. So, aber ich meine, wissenschaftlich finde ich es insofern nicht, der macht ja keine Studien in dem Sinn, sondern der ist einfach selber ewig viel unterwegs, ist super viel mit Menschen unterwegs und hat, glaube ich, gelesen ohne Ende, aber er hat jetzt keine wissenschaftliche Methodik angewandt, um dieses Ding da aufzuarbeiten. So, das finde ich es schon wichtig zu sagen. Und deswegen, es gibt, glaube ich, spannende andere Konzepte. Du hast jetzt eben den, wie ist das Streip oder was? Genau, Heinz Streip. Genau, ich habe das mal rausgeholt. Ich zeige es mir eben hier. Mhm, genau. Der redet von verschiedenen Stilen. Der subjektive religiöse Stil, reziproke Stil, mutual religious style, individualistic, systemic religious, whatever. Ja, wir sind in der... Kannst du grob mal erklären, was die, du hast es gerade schon mal angeteasert, aber was ist die grobe Idee da? Also, warum Stile? Warum diese komischen Hügel? Was soll das? Ja, gut, dass du mich das sprichst, was ich mir vorher nicht mehr angeguckt habe. Ich kann es dir nochmal zeigen. Ich wollte kurz in meinem schlauen Buch hier nachgucken. Ich würde es auch erstmal übersetzen. Du kannst es nochmal kurz drauf machen, dann kann ich es einfach auf Deutsch nochmal sagen. Der erste ist, das ist der subjektiv religiöse Stil. Das ist so eine egozentrische Perspektive. Es geht viel um Geschichten und Bilder, die intuitiv wahrgenommen werden. Diese Einfachkeit, was man oft mit Kinderglauben einfach auch beschreibt. Ja, der David hat den Riesen geklärt, mit einer Steinschleuder getötet. Oh, wie stark ist Gott, dass er den so mutig gemacht oder so stark gemacht hat. Und die zweite Phase ist dann die instrumentell-reziproke Stil. Also, da wird es im Deutschen auch nicht besser. Aber dann nimmst du nicht nur die eigenen, sondern auch die Bedürfnisse von den anderen wahr. Also, das ist auch so ein bisschen, also, ich würde jetzt im hebräischen Glauben sehr unrecht tun, wenn ich sagen würde, das ist das alttestamentarische Gottesbild von wie du mir, so ich dir. Aber es ist auch schon auch hebräische Religion eben der Tun-Ergehen-Zusammenhang. Also, so wie ich bin oder das, was ich tue, das hat eben Folgen und das kann auch wieder auf mich zurückkommen. Und da werden auch religiöse Erzählungen noch total wörtlich verstanden. Und ich bin total schlecht in Englisch. Ich übersetze mich, was das Schreibtisch sagt. Er sagt, gut ist, was Gott und was autoritäre Personen oder was sich wünschen oder vorgeben. Und schlecht ist es, schlecht ist die Resultate aus deiner Unzulänglichkeit Gott gerecht zu werden. Und in der dritten Phase hast du, dieser Stil ist jetzt interessanterweise Kennzeichen für das fundamentalistische Weltbild. Da geht es um dieses wechselseitig-religiöse Stil. Also es geht, meine soziale Gruppe ist Quelle und Maßstab für die Interpretation von Gebetern und Geschichten. Also, meine liberale Kirchengemeinde versteht die Speisung der 5000 und nicht wörtlich, dass es so passiert ist, sondern wir verstehen das als Gemeinschaft eben, dass Gott möchte, dass alles saad werden und dass wir alles dafür geben. Und die konservative Gemeinde sagt, nee, nee, der Jesus hat das Wunder getan. Und das zeigt auch, dass er und die übertragen das dann aufs eigene Leben, sagen Gott stillt auch meinen persönlichen Hunger, wenn ich mich von ihm sättigen lasse. Also ganz runtergebrochen. Und Streib sagt, das ist eigentlich in der Pubertät, also im Jugendalter eigentlich das vorherrschende Bild. Und eigentlich sollte dieses Bild im Erwachsenenalter dann irgendwann überwunden, also diese Phase überwunden werden. Und genau hier an dieser Stelle kracht es ganz oft, dass viele in dieser, in diesem religiösen Stil bleiben. Und den kann man wiederum mit den Entwicklungsaufgaben, also mit der Bildung dieser vier Identitätspunkte übereinbringen. Und dann, ich gebe zu, ist gerade schon ein bisschen nerdig, aber ich finde es total simpel eigentlich, ja. Ich bleibe in meinem fundamentalistischen Weltbild von Gut und Böse, von Schwarz und Weiß, von wir sind die Guten, wie sind die Bösen. Und wenn meine Beziehung, meine Ehe, die ich vielleicht sogar schließe, nicht klappt, dann bricht das alles zusammen. Und da ich im Erwachsenen oder Jungerwachsenenalter vielleicht gar nicht den vierten Stil gelernt habe, kann ich gar nicht damit umgehen, sondern bewege mich immer in diesen drei Stilen, die ich gelernt habe. Und das ist eben die große Problematik, wenn du dann nämlich die vierte Stufe siehst, dass sie, da wächst, also da bin ich einfach Teil von einem größeren System. Ich verstehe mich als, als Christin, als Christ, eben nicht als evangelisch oder katholisch, sondern ich verstehe mich als verbunden mit, mit Christinnen, verbunden mit spirituell Suchenden. Ich sehe die Schönheit in anderen Religionen, aber ich bin immer noch in meiner Religion drin. Und dann ist es ganz simpel, eben der dialogische, religiöse Stil. Ich adaptiere andere, also ich hole mir andere Dinge rein. Man würde heute, also konservative Christinnen und Christen würden sagen, ja das, also du kannst auch wieder wegmachen. Ich glaube, das reicht, bevor man noch irgendwie denkt, scheiße, so viel Wissenschaft wollte ich heute nicht oder in meinem Leben nicht mehr haben. Genau, aber das ist dann eben der Punkt, wo man sagen würde, okay, Yoga, ja, da sagt, wahrscheinlich der dritte Stil, würde ich sagen, Yoga, das ist vom Teufel, weil es ist eine andere Religion. Und im dialogischen, im vierten Stil würde man sagen, oh ja, ich probiere es aus, das ist ganz nett. Und im fünften Stil würde ich sagen, okay, wie bringe ich das jetzt mit meiner christlichen Religion überein? Also wer da auch so ein bisschen achtsamkeitsmäßig orientiert ist, so der Frank Bertzbach, ist ein ganz toller Autor, der ganz viel über Achtsamkeit spricht und der eben auch das verbindet, also Christentum und Buddhismus und Yoga und diese ganzen religiösen Dinge und daraus was echt Schönes macht, um im Leben auch einfach kreativ, für die kreativen Momente offen zu sein. Und ich finde das eigentlich am überzeugendsten tatsächlich von Hans Streib, weil man das auch in diesem Bild wunderschön sieht, es ist nicht alles weg, sondern alles ist irgendwo noch da und alles bricht auf. Und ich weiß auch nicht, wenn jetzt meine Ehe scheitern würde, ich weiß nicht, in welchem religiösen Stil, weil ich mich schon auch als christlich, als evangelisch bezeichnen würde, ich weiß nicht, wo ich da reinfallen würde in dieser existenziellen Lebenskrise, die ich dann haben würde. Und das finde ich einfach ganz wichtig, das Menschen klarzumachen, wenn du aussteigst aus der Freikirche, du bist nie ganz frei davon. Und du hast immer diese, das finde ich ganz schön, diese Punkte von den anderen Stilen hast du in dir drin und da würde ich tatsächlich sagen, da muss man dann zu Brian McLaren sagen, ist ja schon auch jetzt neudig, was wir hier quatschen, aber ich liebe es auch, deswegen quatsche ich so gerne darüber. Da würde ich schon auch bei Brian McLaren sagen, ey, das ist eine geile Stärke, dass er das aus den Beziehungen oder aus den Geschichten, die Menschen ihm erzählt haben, rauszieht, weil das ist dann schon noch ein bisschen mehr an der Basis von den Menschen, als von Heinz Streib, der dann so wissenschaftliche, narrative Interviews führt, also erzählen die Leute und dann werden Triggerworte ausgesucht und die werden dann klassifiziert und das ist auch manchmal dann schon echt weit weg von der Lebenswelt der Menschen und bei Brian McLaren finde ich das schön. Was ich bei Brian McLaren einfach ganz toll finde, ist, dass er so einen ganz entscheidenden Motor für den Übergang von der einen zur anderen Stufe hat und das ist der Zweifel. Das finde ich ganz toll, also jede andere Stufe in meinem Leben und das kann ich auch auf andere Modelle, wie jetzt von Heinz Streib beziehen, ist, ich fange an, etwas zu hinterfragen und ich fange an, etwas nicht mehr zu tun, ich gehe nicht mehr jeden Sonntag in den Gottesdienst, auch wenn mir das mein Leben lang erzählt war, ich schlafe aus. Das ist dann eben das, wo der Zweifel kommt, muss ich wirklich jeden Sonntag in der Kirche sein, um in den Himmel zu kommen? Muss ich wirklich mit dem Sex bis zur Ehe warten, damit der Sex dann wirklich ganz toll wird? Und dann fange ich vielleicht auch an, mal Sexualpädagogen, Pädagoginnen zu lesen oder auf Insta zu gucken und dann plötzlich merke ich als Mensch, oh, naja, eigentlich sagt man ja, dass das ganz schön schlecht ist, wenn ich das nicht mache und das könnte mir später echt viel verbauen an Schönheit, an tollen Momenten, also jetzt auf Sex bezogen, aber auf alles andere. Ich liebe Yoga und ich liebe es, im Yoga-Flow zu sein und da ist es geil. Ja, und wenn dann meine Yoga-Lehrerin, die lange Jahre, als wir bei Heilbronn gewohnt haben, am Ende noch Atemübungen gemacht hat und dann ich bin glücklich gesagt hat, also ich liebe die Tanja, falls sie das irgendwie gucken sollte, aber, und da ist sie auch ganz offen und dann habe ich aber einfach immer nur ich bin geatmet, weil ich das so schön fand, ich bin, ja, ich bin, nicht ich bin glücklich oder ich bin toll oder so, nein, ich bin und so wie ich bin, bin ich okay. Wie Mira Ungewittert das immer so schön sagt, ich liebe mich auch mit meinen schlechten Seiten und ich liebe auch meine schlechten Seiten an mir, denn ich habe nur dieses Leben und ich habe nur mich. Das finde ich ganz toll, wie Mira das verpacken und rüberbringen kann. Da finde ich mich wieder und, ja, ich glaube, man merkt, dass ich bei dem Thema auch zum Predigen komme. Pre-Talk. Ja, noch die letzte Kategorie kurz raus. Ich finde es einfach ganz toll, das Thema. Auf jeden Fall. So, du hast unter anderem in deiner Bachelorarbeit auch nach den, ich sag mal, Ressourcen gefragt oder nach dem, was helfen kann in diesen Ausstiegsfragen. Da hast du unter anderem dann auch eine Studie eben von Oliver Rüger zitiert. Ich habe da diese Studie mir tatsächlich auch noch durchgelesen und, ja. Aber die kann man, also an alle, Tipp gibt ein, heißt Oliver? Ich meine Oliver, ja. Ich bin weg, heißt die Studie. Ist eine Masterarbeit. Wenn ihr meine Bachelorarbeit lesen würdet, da ist echt viel Fachsimmel drin. Die ist in weiten Teilen wirklich nur was für Leute, die es interessiert. Und was ich bei Markus Rüger geil finde, er hat geile Grafiken drin, wo man einfach sehr schnell, sehr gut sehen kann. Also ich würde einiges an seiner Studie echt kritisieren und finde einiges echt auch daneben gelangt. Auch Vorbedingungen, also man stellt bei so einer Studie ja immer voran, wie man, wie man was untersucht und zu welchen Bedingungen man das untersucht und dann macht ein bisschen was, was ich nicht so geil finde in der Studie. Aber wen es interessiert, um sich ins Thema einzulesen, ist diese Masterarbeit, einfach Google einfach, die IGW, also ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen heißt. IGW stellt, glaube ich, fast, also wenn nicht sogar alle, dann auf jeden Fall sehr viele Abschlussarbeiten, stellen die online. Genau. Lest es euch durch, das ist mega easy. Ja, meine, kann ich auch nochmal verlinken. Genau. Ich sage das immer, wie meine. Ich habe ein Zitat, ich haue das mal eben raus. Wie gesagt, da geht es um Dinge, die man tun kann für Begleitungen. Und er sagt, Jugendliche wollen erleben, dass ihre Zweifel zugelassen werden, kritische Fragen gestellt werden können und mit dem gemeinsamen Suchen von Antworten eigenständiges Denken gefördert wird. Bei all dem wollen sie mit ihrer Situation ernst und für voll genommen werden. Für diese Jugendlichen braucht es nicht vorgefertigte Antworten, im Gegenteil. Das wird explizit als negativ empfunden. Oliver Gula. Ich weiß nicht, es hört sich so simpel an. Auf der anderen Seite, als ich das gelesen habe, kam mir so der Gedanke, naja, wahrscheinlich, wenn man das machen würde, also wenn in diesen ganzen Freikirchen solche Räume entstehen würde, wo die Leute jetzt anfangen könnten, frei zu denken und auch dann zu den Positionen kommen könnten, wo sie denken, dass das sinnvoll ist. Vielleicht würde das gar nicht funktionieren, weil, weiß nicht, dann, also ich meine, es gibt ja Hauskreise, da kann man ja diskutieren. Aber offensichtlich ist es doch so, dass diese Gruppen eine Form von gemeinsamer Identität, gemeinsam, das glauben wir und gemeinsam, so leben wir hier. Und wenn das grundsätzlich hinterfragt wird, dann passt es eben vielleicht nicht mehr. Und deswegen gibt es vielleicht auch nicht diese Räume oder diese Räume, diese Diskussions, diese Diskursräume, die es gibt, die haben offenbar enge oder klar definierte Grenzen. Das waren meine Gedanken, aber was denkst du dazu? Naja, ich habe selber ehrenamtlich und auch hauptamtlich Teenager- und Jugendarbeit gemacht und da auch mit vielen Leuten zusammengearbeitet oder mich auch unterhalten. Und ich glaube tatsächlich, dass es von den verantwortlichen Personen von Leitungsgremien, von Jugendpastorinnen eine ganze Menge selber an Ambiguitätstoleranz braucht. Und ich glaube, dass die Menschen, die gegenwärtig in den Leitungen sitzen, die Mitte 40 oder älter sind, die werden das nicht mehr lernen, wenn sie es nicht gelernt haben. Die werden das auch nicht mehr verstehen. Ich habe das selber bei mir in der Kirchengemeinde, wo ich Kinderjugendarbeit gemacht habe, erlebt, dass ich eine Jugendarbeit zahlenmäßig ganz gut nach oben gezogen habe. Standard würde ich nicht sagen, es war schon eine ganz coole Jugendarbeit, die ich wieder beleben durfte. Es war jetzt nichts Überragendes oder so. Aber es war eine schöne Jugendarbeit, weil ich das echt probiert habe, denen Freiheit zu geben. Also jetzt kann ich es erzählen, ich hatte auch ein Transgender-Mädchen in der Jugend, das von den Eltern da richtig massiv angegangen war und auch der Pfarrer in der Gemeinde da voll dagegen war. Und ich habe einfach still und heimlich sie mit ihren Freundinnen nach dem Tierenkreis hinter die Bühne im evangelischen Gemeindehaus gelassen und dort haben sie sich dann eben gequatscht oder Frisuren gemacht oder lackiert oder wie auch immer. Und das war für mich so furchtbar, dass ich, also die waren alle dankbar, dass es da ging, aber ich fand es furchtbar, dass es hinter einer Bühne war und dass es mich auch meinen Job gekostet hätte. Auf der anderen Seite hat mich das natürlich bei den Jugendlichen total attraktiv gemacht, weil ich sie habe denken lassen und machen lassen und ich habe mir das angehört, wenn dann einer im Jugendkreis gesagt hat, ja für mich ist glaube ich wie Yin und Yang. Du hast einfach, ob du jetzt Theologin bist oder ob du fundamentalistischer Jugendpastor bist, das ist immer so ein Reflex zu sagen, ja aber Yin und Yang hat ja nichts mit dem Glauben zu tun und das ist echt auch schwierig, das stehen zu lassen und zu sagen, ja spannend, erzähl mal. Wie machst du das in deinem Leben? Und dann eben auch den Jugendlichen das zuzugestehen, dass sie in ihren Fragen oder Erklärungsmodellen auch ernst genommen werden können und nicht tausendmal zu hinterfragen, bis dann irgendwie eine Lücke, also bis man irgendwie sowas herausfindet, ah da hast du aber einen Logikfehler in deiner Argumentation, sondern einfach zu sagen, hey wenn dir das Kraft gibt oder einfach auch auf die Mitgestaltung, mitarbeiten, ohne jetzt das irgendwie, ich hatte ja auch nichtgläubige Jungscharleiterin, ich kenne auch andere, die das machen oder halt, das ist nichtgläubige, aber halt nicht so Standardgläubig, die eine vorhandene Arbeit gemacht haben, diese Leute einfach ranzulassen mit ihren Begabungen und nicht hinzufragen, ja wie ist denn dein Glaubensbild, tust du die richtigen Sätze sagen, liest du auch regelmäßig selber in der Bibel oder ja oder schmeißen wir dich raus, sobald du mit deinem Freund oder einer Freundin zusammenziehst und dann darfst du keine Jugendleiterin mehr sein, also das sind so die Dinge, wo man einfach eine Entspanntheit braucht und eine ganz große Offenheit, Jugendliche machen zu lassen, also oftmals will man ja dann noch den kleinen Führer, die kleine Führerin vorne haben, die sagt, Jesus ist der Geilste, die geil predigen können und vorne vielleicht sogar noch mit der Gitarre spielen und singen können und die Leute für Jesus begeistern, aber man spricht doch schon seit Jahren davon, dass Jugendpastorinnen oder Jugenddiakoninnen oder wie auch immer eigentlich Menschen sein sollten, die immer mehr in den Hintergrund treten in ihrer Jugend dabei, also die sich eigentlich, die sich eigentlich, jetzt fällt mir das vor, die ich sagen will, also die sich eigentlich überflüssig machen, dass die Jugendlichen das übernehmen, dass die Jugendlichen vielleicht einfach nur jemanden hinten drin haben oder jemanden drin haben in der Gemeinde, der ihnen Aufgaben gibt und wenn sie Probleme damit haben oder Support brauchen, der dann da ist, aber der generell die Haltung hat und sagt, hey, du machst das schon und auch bei theologischen Fragen die Offenheit zu haben, also das hört man ja oft, dass dann, wenn jemand sagt, ich habe Probleme in der Bibel, dass dann gar nicht drauf gehört wird, ich habe, also viele, die aus der Gemeinde noch rausgestiegen sind, eine guckt wahrscheinlich heute zu, also wenn sie zuguckt, grüße ich die Nina ganz herzlich, schön, dass du da bist, die dann auch irgendwann gesagt hat, naja, aber meine Fragen wurden einfach mit irgendwelchen Artikeln aus irgendwelchen christlichen Zeitschriften oder Büchen befragt oder der Jugendpastor, die Jugendpastorin hat mir dann einfach gesagt, wie es richtig ist, also es wurde gar nicht drauf eingegangen, was ich eigentlich denke oder was ich hinterfrage und ich saß auch mal bei einer Jugend-Evangelisation, die ich machen musste beruflich, die ich dann so gemacht habe, wie ich es vertreten konnte und dann saß einer der Organisatoren, war auch so Ende 20 in meinem Alter und da saß dann jeden Abend neben mir und ein bisschen rumgerätet und am letzten Abend ist er aus ihm rausgebrochen und er hat gesagt, sag mal, glaubst du das eigentlich, dass Gott homosexuelle hasst? Und dann habe ich ihn auch tief angeguckt, weil ich wissen wollte, es ist ein Wille-Belle mich reinreiten, weil in dem Berufskontext, wo ich gearbeitet habe, könnte ich mit einer Antwort reingeritten werden, hätte ich reingeritten werden können und dann habe ich eine Ehrlichkeit hinten drin gesehen, das ist das furchtbar. Und dann ist es aus ihm rausgeplatzt und er hat geheult und hat gesagt, ich kann das nicht mehr, ich wohne hier auf dem Dorf, ich habe keine andere Gemeinde, ich will eigentlich, ich finde das mit Jesus und so ganz toll, aber ich halte das nicht mehr aus. Ich habe homosexuelle Freunde und ich kann auch kein Doppelleben führen. Ich habe Kinder, wie soll ich das meinen Kindern klar machen, dass wir privat queere Freunde haben und das ist das große Dilemma, finde ich letztendlich, das mich so traurig macht, auch an der Studie wieder. Man weiß eigentlich alles, entwicklungsthyologisch liegt alles offen. Der Mensch wird seit, ja erforscht, seitdem es ihn gibt und es ändern sich Dinge, aber im Großen und Ganzen bleibt der Mensch gleich und man weiß es, aber man verfolgt eigene Interessen, Leitungskreise wollen, manchmal, dass die Jugend genauso ist, dass es dem eigenen Kind gefällt, dass es den Gemeindekindern gefällt und dass die Konfis, die von außen kommen, vielleicht auch eher störend sind und am theologischen Zuwachsgewinn unserer Kinder ja auch stören, weil die sind ja vielleicht intellektuell nicht so auf der Lage, damit zu kommen und stören vielleicht die Andacht. Und das ist einfach, ja, also das finde ich einfach schade. Es braucht einfach diese Amiguitätstoleranz in den Gremien, die sagen, wir bezahlen Leute dafür, dass sie gute Jugendpastorinnen sind, die in den Hintergrund treten und die die Meinungen ernst nehmen und die vor allem den Jugendlichen sagen, so wie du bist, bist du voll in Ordnung. Das brauchen die Amala, weil du bist auch Lehrer, du kennst das, ich habe jetzt eine A-Jugende Fußball übernommen, bin aus dem Herrenbereich raus und die Jungs kommen dann von der B-Jugend hoch, die sind so 16, 17, die machen gerade alle ihre Abschlüsse, ist gerade interessant, also ich mache mit meiner Frau alle ihre Abschlüsse und es ist ganz interessant, sie bei mir zu erleben und mit meiner Frau drüber zu sprechen und alles, was diese Jungs brauchen, ist Zuspruch. Du kannst es hier im Verein schaffen. Hey, ich sehe dich, du bist voll in Ordnung. Ja, du hast noch irgendwie ganz lange Beine, aber du wirst noch lernen, mit diesen Beinen zu rennen und zu sehen, was das mit den Jungs macht und Lob oder zu ihnen zu sagen, mit ihnen zu reden und sie nach ihrer Meinung zu fragen. Jetzt bei mir im sportlichen Kontext oder auch im Gemeindekontext nach der Meinung zu fragen. Also wer mich kennt, weiß, ich lebe in Geschichten, deswegen noch zu dem Punkt eine letzte kurze Geschichte. Als ich so 13, 14 war und wir dann bei uns in der Gemeinde angefangen haben, im Gottesdienst dabei zu sein, also auch schon vorher, weil der Kindergottesdienst langweilig war und wir den eigentlich nur noch gestört haben. Und die Strafe war immer, wenn ihr jetzt nicht brav seid, müsst ihr wieder in den Erwachsenengottesdienst. Das hat irgendwann auch nicht mehr gezogen, weil wir haben gemerkt, im Erwachsenengottesdienst interessiert es auch keinen, was wir machen, solange wir auch rück sind. Und dann weiß ich noch, dass ich ein Teamkreis war und dann saß dass einer aus der Gemeinde und das sind ja nicht alle schlechte Menschen aus der Gemeinde, wo ich weggegangen bin, sondern es sind auch echt tolle Menschen. Und der saß da und hat gesagt, der Pastor hat uns nie nach unserer Meinung gefragt, sondern so ganz frisch im Teamkreis. Die anderen haben uns nicht nach unserer Meinung gefragt und so. Und dann sitzt da so ein anderer Familien-Daddy mit uns, wir haben noch ein bisschen gekickt in dem Gemeindehof und dann guckt er uns an und sagt, äh, was haltet ihr eigentlich von der Predigt heute? Und das war ein echtes Interesse, das er hatte. Und diese Situation werde ich nie vergessen. Das war kein besonders geistlicher Typ in der Gemeinde, der war nicht besonders theologisch versiert. Das war ein ganz netter Mensch einfach, der einfach unsere Meinung wissen wollte. Und das hat für mich mehr Eindruck hinterlassen als viele Teamkreise, wo dann der supertolle Jugendpastor uns erzählt hat, wie wichtig es ist, keinen Sex vor der Ehe zu haben oder dass die Bibel doch Gottes Wort ist. Ja, und das hat einfach mehr Eindruck gebracht. Und ich glaube, sowas braucht es einfach zu sagen. Was denkst du? Und dem Jugendlichen oder den jungen Erwachsenen. Und ja, und auf der anderen Seite natürlich auch die, die nicht früh heiraten und Kinder kriegen in den Gemeinden, mitarbeiten zu lassen und auch die Singles mit einzubeziehen und zu sagen, hey, auch wenn du nicht verheiratet bist, bist du irgendwie ein ganzer Mensch. Wert zu schätzen und zu sagen, du bist so, wie du bist, toll. Und ja, der Slogan von der Projektgemeinde Wien, ihr schönen Menschen, ja, da beginnt fast jede Predigt mit, ihr schönen Menschen. Und man kann's, ja, man kann, man kann das auch so total so, ah, ja, es ist so total kuschelig und so oder es ist so blumig. Nee, also wer die Menschen dort kennt und wer weiß, wer hat Predigt, da predigen eben auch Menschen, die das Leben kennen, die die Nackenschläge kennen, die Schicksalsschläge kennen, die Lebenskrise kennen und ihr schönen Menschen, ja, egal wie abgefuckt du heute im Gottesdienst bist, schön, dass du da bist. und das können auch viele progressive Gemeinden noch nicht so gut, auch wenn sie denken, dass sie es können und ich glaube, es ist leider ein langer Weg und man hat immer die Hoffnung, dass die Bachelorarbeit so irgendwas taugt und ich hoffe, dass man da echt noch ein bisschen was mitmacht, dass mehr geforscht wird zu dem Thema und das nicht nachher Also der Plan ist, dass es auch umher noch veröffentlicht wird auf die eine oder andere Weise. Ja, je nachdem, was Tobi, Falks und ich da vorhaben. Wir haben es bis jetzt einfach zeitlich nicht geschafft und es nochmal, also ich habe seine Bewertung dazu bekommen, damit war ich ganz einverstanden, nee, war sehr glücklich darüber und seitdem hat es zeitlich einfach nicht gepasst und es interessiert mich schon, dadurch, dass ich jetzt einen Waldkindergarten leite, habe ich da auch echt eine gute Aufgabe von mir, aber ich weiß, dass Tobi sich auch wünscht oder andere sich auch wünschen, dass ich vielleicht den Master darin mache oder mich weiter mit beschäftige, aber ich wünsche mir auch, wenn jetzt jemand zuguckt und sagt, ich mache einen Master oder ich weiß nicht, über was ein Master, macht es darüber, das ist ein Thema, da könnt ihr nichts falsch machen, da könnt ihr so viel, so viel Gutes bewirken und letztendlich dann auch, dass ich auch mal hier bei dir sagen darf, zum Freikirchenaufstieg-Netzwerk, ihr habt so viele tolle Ansprechpartner und ihr seid so bemüht, ihr macht das echt fantastisch, aber bitte holt euch Kallikumspsychologinnen dazu, holt euch Therapeutinnen dazu, denn vielleicht steckt man selber... Die sind tatsächlich schon da, also... Ah, Gott sei Dank, da habe ich keine richtige Antwort bekommen, ich habe mal gefragt, aber dann, yes, sehr gut und ja, weil letztendlich sind es Lebenskrisen und Lebenskrisen bewältigt man nicht durch gute Ratschläge, sondern durch therapeutische Begleitung. Okay, da würde ich aber noch einen Satz zu sagen, also das Aussteiger-Netzwerk ist ja jetzt nicht dafür da, um Lebenskrisen zu bewältigen, sondern es ist eine Plattform, wo Menschen zusammenkommen können und sich austauschen können, sondern wir müssen gucken, wie wir das weiterentwickeln können, dass das auch... Das ist, glaube ich, eher mein Wunsch. Ich glaube, ich formuliere hier meinen Wunsch, dass ich möchte, dass ihr so werdet in dem Netzwerk. Ja, aber ja, klar. Ich bin nur ich, der das sagt. Auf der anderen Seite, ich würde aber eben auch sagen, also das Problem ist ja auch, dass auch in der Religionspsychologie oder ich sage mal eher in der Psychologie das ganze Thema Ausstieg ist ja auch nicht so weit. Also ich meine, die Marlene Weine versucht ja seit Jahren, dass sowas wie religiöses, posttraumatisches Stress Syndrom als ja eigenständiges Krankheitsbild oder ja, dass das eben in den ICD-10 oder in diesen Index eben kommt. So, und es klappt dem nicht. Also ich glaube, dass da andere Disziplinen auch noch noch was machen können. Eine Frage, die ich im Netzwerk sehr häufig bekomme, ist, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Forschungsstand, Freikirchenausstieg, Dekonstruktion und Psychologie? Soweit wie ich weiß, im deutschsprachigen Raum schwierig. Ich erlebe oft, dass Leute auch fragen, also ich habe das mehrfach jetzt gehabt, ich bin ausgestiegen, ich möchte gerne irgendwie eine Therapeutin oder einen Therapeuten finden. Wisst ihr dazu irgendwie was? Und ich würde sagen, so ist das in Deutschland noch nicht aufgestellt, dass man da irgendwie sagen kann, hier, Freikirche und dann hast du da fünf Leute, die sagen können, ja, ich weiß, wie es geht. Ja, die würde sagen, hoffentlich, ich weiß nicht, wie es geht, sondern du musst deinen Weg finden oder wir begleiten dich auf dem Weg. Was ich sagen will ist, die kompetent und weitergebildet sind in dem Bereich, um da eine vernünftige Therapie anbieten zu können. Ich glaube, dass das tatsächlich sehr stark ausbaufähig ist. Ich meine, das zeigt ja auch, also das Ende von meiner Bachelorarbeit ist ja, dass ich sage, also das ist immer auch so schön, wenn man vorher weiß, bei so einer Abschlussarbeit, was das Ergebnis ist und es war ja vorher klar, dass der Forschungsstand das so mies ist, dass es natürlich auch überhaupt keine Lobby hat, irgendwie psychologisch eingeordnet zu werden oder ja, vielleicht will ich auch das mit dem Wunsch, den ich gerade informiert habe, ausdrücken, dass vielleicht auch eben so ein Netzwerk da auch Lobbyarbeit machen kann und dass ich auch wirklich, damit beschäftigt ihr euch ja auch. Ja, ist definitiv auf der Agenda. Genau, und weil das letztendlich, finde ich, nicht eine Sache, von einem Coaching ist, sondern wirklich eine therapeutische Begleitung ist und ich glaube, es gibt schon, also es gibt ja auch christliche Einrichtungen, die da sehr fein drin sind. Ich meine, der Leiter von der, es ist die Hohemark, diese christliche Psychiatrie, der hat ja jetzt auch einen Standpunkt zur Homosexualität rausgebracht, der, obwohl das ja auch in einem konservativen Bereich ist, diese psychische, diese Klinik oder dieser Erholungsort auch, die dafür aufsehen, gesorgt hat, weil er ja auch einen sehr, sehr offenen Punkt eingenommen hat und eben auch eine richtig gute wissenschaftliche von ihrer Meinung dazu gebracht hat und gesagt hat, naja, wir müssen aufhören, das als Sünde zu bezeichnen und wir müssen den Menschen gutes Leben ermöglichen und dass sie ihre Sexualität auch ausleben können und nicht sagen, ihr dürft das nicht. Da tut sich, glaube ich, auf therapeutischer Weise auch was und da müssten sich, glaube ich, viel mehr zusammenschließen in Deutschland oder auch, es wird ja die eine oder andere Sektenbeauftragte geben in Deutschland, die genau weiß, wo kann ich, also vieles ist ja auch ähnlich zu einem Sektenausstieg, je nachdem, wo man rauskommt, wo man sich von distanzieren muss oder wie man auch eben manipuliert worden ist in seinem Leben und ich glaube, da kann man schon was auf die Beine stellen, aber ich glaube tatsächlich, dass die evangelische Landeskirche da oder die evangelische Kirche in Deutschland da eigentlich für jemanden tun sollte. Das ist wenig Interesse, würde ich sagen. Das ist eben so peinlich. Ich habe die ja auch in meiner Bestarbeiterin und Herausforderung. Die müssen jetzt nicht, sag ich mal, die von Freikirchen verursachten Probleme da irgendwie lösen. Nee, aber sie könnten die Leute auffangen, sie könnten ihnen eine Heimat bieten und sie würden Menschen auch wieder in ihre Landstelle bekommen. Ich glaube, das funktioniert kulturell nicht. Also wenn das die Lösung wäre, dann... Falls jemand in der Bachelorarbeit darüber hat, weil es würde mich tatsächlich interessieren, also es würde mich echt interessieren, weil ich habe und ich kenne echt einige, die in der Landeskirche als Übergang und wenn es nur der Übergang ist, gelandet sind, du sprichst ja immer so gern von Ausstiegsgemeinden, also von Freikirchen oder von Kirchen, wo Leute in diesen Prozess reinkommen und die man praktisch dann aus dem Glauben heraus begleitet. Finde ich auch schön und auch noch die Landeskirche könnte da echt auch ein Stein im Brett haben und tut sie leider nicht und das ist tatsächlich was, wo ich sagen würde, das würde ihr gut zu Gesicht stehen und das würde ihr ein paar Mitgliederzahlen mehr beschaffen, tatsächlich. You never know. Ja. Spannende These zum Abschluss. Lukas, ich bedanke dir. Ich helfe Wort für eine Störung. Ich bedanke mich bei dir. Vielen Dank. Danke, dass ich das alles mal loswerden durfte. Sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Genau, ich hoffe, dass die Arbeit nochmal irgendwie veröffentlicht wird. Wenn Leute das lesen wollen, würden, können die sich bei dir melden und du schickst das raus. Ja, da können wir was ausmachen. wenn es sich der Leute interessieren, kommentiert, schreibt mich an. Könnt ihr machen. Ja, also über Insta, ich lese auch manchmal die Nachrichten, die da, also ich bin ja nicht so mega bekannt auf Insta, will ich ja auch nicht sein, aber schreibt mir und dann lese ich das auch, auch wenn es nicht direkt aufploppt, sondern wenn es dann unter blockierten Nachrichten erstmal landet. Das passt dann schon. Genau. Oder ihr fragt Jason und schickt Jason eure E-Mail-Adresse, dann hat Jason ein bisschen Spaß, mir die weiter zu schicken. Nein. Sehr gut. Alles klar. Ich benneide mich und genau, allen da draußen einen schönen Abend noch. Macht's gut. Tschüss.